Hier komm ich ja nun wieder raus, hier ist auch nix los. Also unten. Kein Schlüssel, kann weiterkommen. Vielleicht muss ich wen umklatschen, um den Schlüssel zu kriegen. Vielleicht hat der Penner hier den Schlüssel. Wie geht's dir, Eon? Oh ja, ist ganz gut, so lecker Tee und so. Du wirst also wissen, was mit dem Mädchen dort passiert, he? Ja, ich denke, es wird nix schaden, wenn wir es dir sagen. Immerhin wirst du hier eh nie wegkommen. Tatsache ist, dass sie für unseren Gott geopfert werden wird. Ja, das glaubst du aber auch nur allein. Wie lang muss ich diese Quälerei, diese Arbeit noch erleiden? Ich buddel Tag und Nacht. Sieht also aus, als wirst du hier auch eine sehr lange Zeit arbeiten. Würdest du gerne eine Geschichte hören? Erzählst mir jetzt zum dritten Mal die drei Schwerter. Hier war doch noch irgendwo eine Wache. Oh, er hat den Schlüssel. Hey, er hat das einen Schlüssel? Nimmst du ihn? Aber klar. Der Schlüssel hängt an seiner Hüfte dran. Ich denke, es ist unmöglich, diese Schlüssel zu klauen. Jetzt denken wir uns was anderes aus. Ich buddel ihn um. Ich wünschte, irgendjemand könnte für mich übernehmen. Du siehst nix, du siehst nix, du siehst nix. Soll ich jetzt trotzdem den Scheiß hier noch... Hey, hier grabe ich. Beweg dich. Nö. Geh mir aus dem Weg. Kann ich immer noch den Scheiß Obsidian-Kang finden? Und den jetzt einfach umknüppeln, endlich. Ich... Ach ja. Ja, den Trick kennen wir jetzt inzwischen schon. Nimmst du den Schlüssel? Nee. Ich kopiere ihn. Was, wenn er wach wird? Dann bringe ich ihn um. Oh, wir haben's geschafft. Das Zepter glüht. Das Zepter hat sich den Schlüssel gemerkt. So eine Arschweckerei mit den Rätseln. Ist schrecklich. Gespeichert. Das genügt dann aber auch für den Moment. Festplatte jammert wieder. Und ich brauche auch mal eine kleine Pause. Also ich würde sagen, ich wandle mal eben zwei oder drei Stunden alles um, was ich jetzt aufgenommen habe. Fang an abzuladen und dann nehme ich weiter auf. Also ich danke euch fürs Zusehen bei Let's Play The Grand Stream Saga. Beim nächsten Mal benutzen wir den Schlüssel, um die große Tür zu öffnen, um Arsia zu retten und endlich vielleicht mal ein paar Ärsche zu treten. Ich will endlich jemand hauen. Das Bedürfnis steigt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.